Schauen Sie sich um. Für unsere Kunden ist dies das Herzstück Ihres Betriebs. Für RideHight ist es die Ideenwerkstatt. Wenn es um Arbeitsschutz, Produktivität, Sicherheit und Energieeinsparung geht, ist RideHight Richtungsweisende der Forschung, Entwicklung und Herstellung von zukunftsorientierten verladetechnischen Produkten. Seit RideHight 1980 mit der Einführung der Fahrzeugverriegelung DockLock die Sicherheit an der Verladestelle revolutionierte, hatte man die Vision, die Entwicklung neuer Produkte und Serviceleistungen zu beschleunigen, indem man frühzeitig sich ändernde Anforderungen rund um die Verladestelle erkennt. Geht es darum, Kälte drinnen zu halten, das Wetter draußen zu lassen, Luft zu bewegen, Gefahrenbereiche zu sichern, Maschinen zu schützen oder Waren zu verladen, haben wir eine globale Unternehmensgruppe geschaffen, die innovative und kostengünstige Lösungen anbietet. Mit Kundenkontakten in der ganzen Welt unterhält RideHight Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien und liefert hochqualitative Produkte, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. In unserem Unternehmen sind es die Menschen, die zählen. Rund um die Welt gehen sie täglich zur Arbeit. In Ländern wie Kanada, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Dänemark, Deutschland, Italien, Österreich, Polen, Lettlande, China, Australien, Brasilien und in den Vereinigten Staaten von Küste zu Küste mit Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin. Alle sind engagiert, unseren Kunden einen exzellenten Service und zukunftsfähige Lösungen zu bieten. Unser solides, globales Vertriebsnetz macht RideHight so einzigartig. Unsere Mitarbeiter arbeiten rund um die Welt kooperativ zusammen, um Projekte für unsere Kunden an jedem beliebigen Standort reibungslos abzuwickeln. RideHights weltweite Präsenz steht heute für beispiellosen Service, erstklassige Lösungen und kompetenten Support, während man stets auch in die Zukunft schaut, indem man die Anforderungen von morgen schon heute erkennt. Wenn Sie also auf Sicherheit, Produktivität und Energieverbrauch rund um die Verladestelle Ihres Betriebs achten, sehen Sie sich um bei RideHight. Das Unternehmen, das stets nach vorn schaut. ganz gut aus. Gut. Eigentlich